Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ModernSkyBlog2 zusammen mit dem Skate. Warum hast du ne Kuh auf'm Arm? Die wollte ich dir geben, du hast dein Geburtstaggeschenk, geh bitte. Geil, danke. Ich hab zwar noch nicht mein Geburtstag, aber ich nehm die trotzdem gerne. Ja. Die hat nen Hut auf, lol. Als ob die auch noch nen Hut auf hat. Komm wieder mit, wir gehen weg. Heiko, gerade vor der Aufnahme zu mir. Du, man kann auch Tiere rumtragen, auf einmal kommt der mit der Kuh da her. Das sieht so bescheuert aus, ey. Okay, wir haben zwei Dinge zu verkündigen. Zu allererst, wir haben geupdatet, wir sind ja auf der 2.8, nicht mehr auf der 2.3 oder 4 oder wo auch immer wir waren. Jawoll. Und wir haben gestern unseren allerersten zweistündigen, coolen, megaproduktiven, wahnsinnigen Stream gehabt. Wie war der Livestream? Ganz okay. Du hast cool gesagt. Oh Gott, herzhaft. Erzähl mal ein bisschen, was wir gemacht haben. Ganz viele Dinge. Wir haben gebaut, wir haben gecraftet, nachgedacht. Sind tatsächlich nicht mal verzweifelt, glaube ich. Aha. Nicht mal wie in den Folgen. Wir haben Kuchen gegessen, wir haben Sachen infused, wir haben automatische Maschinen gebaut. Wir haben gecraftet, Lootbags eingesammelt, Lootbags abgegeben, neue Plattformen gebaut, automatische Maschinen gebaut, sehr viel Fortrick gemacht. Vorgestellt, dass unsere Energie verlangt. Und wir haben uns mehrfach von der Plattform runtergeschlagen. Das stimmt. Das aber nur aus Versehen. Und wir haben ganz viele Kommentare bekommen von wegen, wenn wir solche Zusammenfassungsfolgen, wie diese jetzt hier machen sollen, dann sollen wir das wirklich im Detail erklären, dass man auch alles nachvollziehen kann, weil ansonsten wäre Kacke. Genau. Und das tun wir. Okay. Dann fang mal an. Ich soll beginnen. Okay. Die erste große Sache, die wir gemacht haben, war Koppelsturm-Generatoren. Stimmt. Krass. Denn wir haben, ich zeige das mal unten, weil das kennt man schon. Hier. Ja, wir hatten ja davor immer die Koppelgeneratoren mit, so ein Standard-Vanilla-Ding. Aber es gibt ja auch Normale von Nuclear Craft. Und die stellen einfach in einem Blockkoppel her. Was ziemlich cool ist. Sehr viel Platz sparen da. Und das ist das Rezept. Und läuft nicht über. Genau. Dafür brauchte man allerdings Grafit-Dust. Und dafür mussten wir noch eine Maschine bauen von Nuclear Craft. Und zwar die... Warte, wie hieß die? Ja. Mein Ding geht nicht. Manufactory. Und die stellt aus Eiderkohle ein Grafit-Dust her. Und dann hat man Grafit. Die war, glaube ich, aber gar nicht mal so schwer zu craften. Ich weiß, dass so drei Klicks waren. Genau. Copper. Copper Solenoid und Led. Und dann hatten wir das Ding. Ja, das heißt, wir haben jetzt Koppelgeneratoren, die wir überaufstellen können, die sehr viel Platz sparen da sind. Und damit haben wir diese Maschine gebaut. Beziehungsweise der Skate. Ich habe gecraftet und Skate hat gedacht und gebaut. Das war eine gute Arbeitsteilung. Das stimmt sogar. Und mit dem Teil können wir jetzt unsere ganzen Condensing-Sachen automatisieren. Was sehr, sehr krass ist. Wir haben hier innen drin einen Endstone-Kondenser, der 600 Prozent... Nein, wie viel? 1100 Prozent Efficiency hat. Und man kriegt aus einem Iron Chemical Dust vielleicht ein... Genau. Wie viel? Ein Stack. Ein Stack, würde ich sagen. Ja. Also das ist ziemlich heftig. Und das Ganze ist automatisch. Das heißt, wir haben hier drüben den Koppelgenerator. Äh, hier oben. Genau. Der praktisch Cleanstone produziert. Der Cleanstone wird dann hier drin... Äh, Koppelstone produziert. Der wird dann zu Cleanstone geschmolzen. Und der kommt hier in einen Blockplacer. Und wir stellen hier drin Erze her. Und nicht normal die Barren, weil wir sonst Glas automatisieren würden. Und ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, Erze zu automatisieren. Deswegen stellen wir hier ganz viele Erze her. Und... Glas automatisieren würde halt bedeuten, Koppelstone, Sand, Schmelzen. Dann müssen wir vor allem noch warten, bis es automatisch... Wir müssen noch die Alchemie dafür, weil wir ja Shards brauchen. Das geht alles nicht richtig. Das wäre, glaube ich, nicht so schön. Genau. Und dann die fertigen Erze kommen aus dieser Kiste hier rüber. Und dann oben in einen Grinder oder Crusher, der daraus dann Dust macht. Der Dust wird wiederum geschmolzen und das Fertige landet in dieser Kiste. Ja. Genau. Wir haben also quasi nochmal eine Verdoppelung hintendran. Ja. Und die Ergebnisse lassen sich durchaus, glaube ich, zeigen. Also, ja, unser System ist vollgelaufen. Ja. Also, wir haben das gestern Abend erst aufgestellt, ne? Ja. Und das Krasse ist halt, das sind die Erze noch, die wir in der Kiste haben. Also, ich glaube, allein, wenn man die Erze hier den Iron Erkennigung Orders, den wir da drin haben, der ist ja auch schon wieder bestimmt ein paar Stacks, oder? Mhm. Ja, also es ist wirklich... Also, es war nicht ganz einfach, an den Endstone ranzukommen. Wir mussten dafür dieselbe Infusion machen mit unserem Astral-Ding da oben. Genau. Das haben wir ja schon mal in der Folge gezeigt. Und dann mussten wir noch Quarz und Achemical Gold und Achemical Diamond und so weiter. Aber das ging alles. Und das Ding ist halt einfach, also diese Sache, die wir jetzt hier gebaut haben, ist einfach so effizient. Das sind nur Maschinen, die halt wirklich im Early-Game, wo wir noch sind, verfügbar sind. Und wir bekommen hier eine Masse an Zeug raus. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt immer, wenn wir das haben, schmeißen wir ihn einfach hier rein, wird automatisch verarbeitet. Und gut ist. Genau. Also, Copper sollten wir, glaube ich, eine Truhe alleine aus diesen acht Dastien bekommen. Ja. Unbedingt viel Copper man normalerweise bekommt. Ich mache auch gerade mal Draw für das Ding da hinten. Stimmt, allerdings hier ist es schon so voll. Wir haben jetzt einfach viereinhalbtausend Eisen im System. Ich meine, what the fuck. Und denk mal, wie viele da noch drin sind. Wie viel passt so in die Kiste? Das ist doch, glaube ich, da mit Shift, oder? Wie viel ist sechs da drin? Echt? Wusste ich gar nicht. 1600. Ach, du Schein. Alter. Also haben wir noch mal über 3000 normale Barren. Mir fällt sogar gerade noch was ein, was wir noch gar nicht bedacht haben an der Stelle. Was denn? Die Pulverized Form kann ja auch benutzt werden, um Orders herzustellen. Oder war da nicht irgendwas? Orders? Ich meine schon. Genau, das kann auch aus der Pulverized Form hergestellt werden. Warte, warum machen wir das? Da wird zwar mehr vom Katalysten verwendet, aber so kann man zum Beispiel auf Zombie Jerky oder bei Gold kann man auch auf den ganzen anderen Kram verzichten. Ja, Leute, guck mal. Wie viel kriegen wir aus? Das ist doch super effizient, oder nicht? Ja. Du kannst dann quasi, wenn du genug Dust hast, dann machst du einfach aus Gold Gold. Ja. Krass. Ist das pervers. Ei, ei, ei. Aber ich muss Kuchen essen. Wir brauchen auch mal mehr Gerichte, ne? Das sollten wir auch anfangen. Stimmt. Das können wir auch mal irgendwann angucken. Ja, das war die erste Hälfte quasi. Da haben wir schon viel Zeit drauf geballert, aber wie ihr jetzt gesehen habt, ich meine, das lief jetzt wirklich nur über Nacht. Wir haben, ohne Scheiß, vor 15 Stunden haben wir noch gestreamt, ne? Ja. Und das ist so krass effizient gewesen. Und das war aber trotzdem nur die Hälfte von dem, was wir im Stream geschafft haben. Denn wir haben noch mehr geschafft, lieber Heiko. Aber was ist das denn? Das erzähle ich euch jetzt. Okay. Wir haben unsere Maschinerie hier unten weiter ausgebaut. Das hier kennt ihr ja schon, diese Riesenwand aus Sachen, die hier rauskommen, wo wir unter anderem mittlerweile 52 Diamanten auch haben und so weiter. Krass, da sind jetzt vier Stück dazugekommen in der Zeit. Ist krass, ne? Wie schnell das geht. Ach, was hier alles noch rumliegt und so weiter. Also das Problem ist halt, dass wir das immer von Hand whitelisten müssen, damit wir keinen Überlauf haben. Aber ich glaube, so langsam haben wir alles. Und das sieht halt einfach richtig geil schon aus. Also ich glaube, wir haben hier irgendwo versteckte Goblins. Ich habe gerade jetzt wieder, ich bin irgendwo hergelaufen und mein ganzes Symentar ist von der Comcast-Zone. Ich weiß nicht. Vorhin war es komplett voll mit der Sache, die du gleich jetzt erklärst. Genau. Denn was wir noch gemacht haben, ist, das ist ein Nether-Rack zu automatisieren. Das war so, am Ende bin ich kurz verzweifelt, weil wir es immer nur fast geschafft haben. Aber die Maschine, die jetzt hier steht, das ist mega genial. Und das Herz davon ist der Smart Combustion Collector. Der wird relativ easy gecraftet aus Stahl und diesen Advanced Circles, wo wir mittlerweile auch herstellen können. Und das Tolle ist, dass man dort Prioritäten angeben kann. Das heißt, was hier gerade zu sehen ist, bedeutet, stell Nether-Rack her, wenn du alle Ingredients, also Blaze-Powder und Cobblestone für Nether-Rack hast. Stell ansonsten Blaze-Powder her. Und wenn du auch kein Blaze-Powder herstellen kannst, dann stell immerhin schon mal Gunpowder aus Flint her. Das steht hier quasi hier drin. Und reingepumpt wird in die Maschine aus dem Cobblestone-Generator. Einmal der Cobblestone für das Nether-Rack. Und das andere Ding hier oben macht Gravel. Der Gravel wird dann zu Flint. Und der Flint kommt hier rein, weil Flint wird Blaze-Powder und Blaze-Powder wird Gunpowder und Gunpowder und Blaze-Powder mit Cobblestone wird Nether-Rack. Und weil das Ding eine Rückkopplung drin hat, das heißt, alles was nicht Nether-Rack ist, wird wieder hier, da sieht man es gerade wunderschön, wird wieder hier reingeworfen. Und nur der Nether-Rack wird hier rausgepumpt. Sorgt das dafür, dass wir mittlerweile innerhalb von einer Nacht eine Doppel-Chess-Nether-Rack... Wir sollten das irgendwie aufbewahren. Fällt mir gerade so auf, wir sollten die eigentlich leer machen jetzt. Wir hätten bestimmt schon viel, viel mehr, aber das ist ziemlich selbst vorgelaunt. Können wir uns einen Drawer schnell machen vielleicht? Ja, ich habe welche sogar. Ah, perfekt. Da können wir eigentlich schnell eine Node noch dran klatschen. Und eine Pipe. Ich wollte nur einen... Achso, Redstone wollte ich haben. Ich würde nur einen Controller machen. Für? Für den Drawer. Achso, wir können das eigentlich später an den anderen Controller mit ranhängen. Mir geht es jetzt gerade eher darum, dass Zeug... Ich meine, das ist ja erst die Hälfte, da fehlt jetzt auch nochmal ein Rock-Crusher und ein Cleaner und so weiter. Ja. Was wir dann halt im nächsten Stream machen müssen. So. Aber das wird dann auch mal krass. Genau, alle anderen... Alle anderen Sachen... Oh, jetzt habe ich auch das ganze Inventar voll Cumpelstone. Fuck! Aber woher? Liegt das hier irgendwo unsichtbar rum, dass man das nicht sieht oder so? Ja, es gab doch einen... Hm. Ne, das geht hier nicht in der Modpack. Steuerung und Shift war das normal. Ja, ja, ich... Irgendwie so... Oh. Ah, aber du kannst Steuerung und G... Also, oder die Drop-Taste, also Q bei dir wahrscheinlich. Und dann kannst du drüberfahren mit Maustweaks. Das geht genauso. Oh, das ist schön. Ja, also es leckt wahrscheinlich ein bisschen. Und alles andere, was wir hier sehen, also zum Beispiel diesen Bronze-Heater und so weiter, das ist tatsächlich alles, das sind keine neuen Rezepte. Also wir haben ja nicht das Rad neu erfunden, nur klug kombiniert. Genau. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Crusher und Öfen wir jetzt haben. Ich hab das ganze mit Haar voller Nether-Rack. Ja genau, sowas von mir von au. Wie viel liegt denn da noch drin? Warte, ich geh jetzt da noch mal an. Ja, krass. Jetzt hab ich alles von der Flint. Ich glaub, der... Den Flint kannst du wegschmeißen. Der checkt das mit den Stacks gar nicht, ey. Also Flint brauchen wir? Alter. Oh Gott. Diese AFK-Maschinen sind so geil. Der füllt sogar bei der Winter einfach wieder nach mit Flint. Dann interessiert das gar nicht. Jetzt krieg ich Cobblestone. Aha. Sobald du den Nether-Rack rausziehst, ist in Ordnung. Also eventuell sollte man den nicht aufhalten. Also irgendwie unendlich laufen lassen. Das geht sonst noch nach hinten los. Ja. Wenn der sich aufhängt. Ach du Scheiße. Wie viel kotzt du hier aus? Ich dachte, das hört nicht mal auf. Was ist das denn? Aber scheinbar haben wir irgendwas Gutes drauf, dass die Sachen kombiniert. Sonst hätten wir ein paar tausend Entities, glaub ich, hier. Ach du Scheiße. Okay. Mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Hast du ein Draw für mich? Äh, ja. Leg den im Haufen. Nein, nein. Oh, jetzt war ein Nether-Racken dabei. Aber nur drei Sticks oder so. Hier. Okay. Ey, ich kann nicht shoppen. Nein. Nein, jetzt ist wieder alles von der Flint. Hä? Ah, komm einfach her. Komm weg von dort. Das ist böse. Ja. Okay, okay. Ich krieg das hin. Und zack. Alter, mein Gott. Jetzt schnell den Nether-Rack loswerden. Ja. Instant 2000 ist voll. Ey, ich hab wieder mein ganzes Inventar von der Nether-Rack. Er ist instant voll. Guck mal da. Können wir nicht Upgrades machen? Wir brauchen einen Upgrade. Ja, wir brauchen einen Upgrade. Können wir Compacting Draw machen? Äh, gibt's da Compressed Nether-Rack? Ja. Ja, dann. Aber das nützt uns nichts, weil wir brauchen ja nachher sowieso. Ne, wir müssen Upgrades machen. Okay. Können wir vielleicht Emerald-Upgrade gleich reinhauen? Ja. Ich glaub, wir brauchen das. Meine Emeralds haben wir auch genug. Eh, meh. Ja, unten vielleicht. Oh, scheiße. Alter. Was ist passiert? Ich hab keine Ahnung. Ja, Emeralds haben wir genug. Willst du kurz oder soll ich? Äh, Emeralds. Ey, Nether-Racks. Upgrades. Hm, ich hab mal vier Emeralds, ne? Mehr braucht man nicht. Ja. Ey, ich überlasse dir die Freude. Ich zünde den ganzen anderen Zeug an, ne? Den Zeug. Ähm, ja, ja. Ich versuch's zu finden. Dann krieg ich das auch da oben was. Emerald-Upgrade. Mein Gott. Also, das war jetzt doch, ähm, überraschend. Weißt du, wir haben gedacht, die Farbe ist krass, aber sie ist krass. Ja. Ich hab mal zwei gemacht. Ja. Werden wir, glaub ich, brauchen. Zack. Zack. Okay, und wieder alles rein. Okay. Dreieinhalbtausend. Ja gut, und da ist ja auch noch die ganze Kiste, ne? Ach, du Scheiße. Fünftausend. Sechseinhalb. Was? Achttausend. Achtteinhalbtausend. Alter. Was? Okay. 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 Ich hab das Gefühl, das despawnt da drin nicht. Kann das sein, dass es klug gemacht ist und ich despawnen kann? Ja, sonst hätten wir jetzt nicht 5000 Netherrack. Das lag ja alles da drin. Also, das ist echt ziemlich cool. Wow. Also, der hat jetzt über Nacht 8500 Netherrack gemacht. Ja. Und wir können das noch nicht mal weiterverarbeiten, weil wir aktuell noch keine Ernstmaschine dafür haben. Das können wir erst im nächsten Stream. Ich glaub, wir sollten noch mehr Upgrades machen. Ja. Wär, glaub ich, gar nicht mehr so schlecht. Oh mein Gott. Ich bin ganz gut gestimmt, dass wir vielleicht doch besser vorankommen könnten. Ja. Ich mach noch mal ein Upgrade. Ja. Gold. Wie viele Airways haben wir denn noch? Könnten wir noch mehr bauen? Theoretisch? Ja, wir könnten, aber ich hab's ja also drei Upgrades. Wir müssen das noch alles weiterverarbeitet bekommen. Ähm, nee, ich mein doch für hier unten. Äh, für hier oben. Ach so. Bei den normalen Ärzten. Upgrade. Ach, da hast du mittlerweile auch was gebaut? Ich hab nur ein Drawing gebaut. Oh. Damit ihr die Sachen besser lagern könnt. Oh, wie cool. Da können wir auch die anderen Sachen schon reinwerfen, damit unser System nicht so überlastet ist. Ja. Das ist ja toll gemacht. Das Near Infinite Search Upgrade geht nicht. Oh, das Creative Winding Upgrade geht. Oh, das ist ein schönes Rezept. Das gefällt mir. Creative. Du meinst, dass man ein Item unendlich hat? Ähm. Oh. Oho. Du. Don't do this. Das sieht doch schön aus. Ich mag's halt. Ich versuch mir gerade das Rezept für den, oh. Für den Ultimate Ingot anzuzeigen, aber irgendwie. Ja, das hab ich auch nicht ganz gecheckt. Das ist irgendwie komisch. Vielleicht muss man über Block Off. Ah ne, man kann ja über den Nugget geht's. Okay. Dafür braucht man Ultimate Singularities, was jede andere Singularity in Verbindung ist. Oh. Ja, nice. Ja, gut. Das ist halt wie Avarixia. Ja, das ist Extended Crafting. Ja. Oh. Gott. Was denn? Oh Gott. Nichts, nichts. Ich hab gerade nur so ein bisschen geguckt, wie man eigentlich zu den Singularitäten hinkommt. Ach, das ist schwer. Brauchst du 300.000 Eisenblöcke oder so für eine. Ist wirklich so. Irgendwann haben wir das im Autocrafting. Ja. Eine Singularity bitte. Okay. Bestellt. Mega produktiv, Mann. Wirklich. Oder? Ja. Der Wahnsinn. Also ich bin sehr, sehr happy mit dem, was wir im Stream gemacht haben. Das muss uns erstmal einer nachmachen. Okay, wahrscheinlich sind alle weiter als wir. Aber das ist mir mein Spaß. Hallo. Oh, hast du auch hier gebaut? Oh, der ist auch schon wieder voll. Ups. Ey, lass stehen. Achso, du hast die... Der ist voll, der Draw? Wie, ehrlich? Nee, nee, ist er nicht, aber der ist am Dinger-Limit gewesen. Wer kennt's nicht, das Dinger-Limit? Das Dinger-Limit. Iron. Nein, ich mein damit, der ist am 2000er-Limit. Am ohne, ach komm schon, er auf mich zu mobben. Das ist so billig. Wie holst du dir das Eis so schnell raus? Achso, weil du einfach Iron eingibst und dann draufspamst. Okay, ich bin vielleicht hohl. Ich hab nicht... Nein, das hat niemand gesehen. Das hat niemand gesehen. Wir sind mal wieder weiter rübergefahren, weil das Inget immer weiter runtergerutscht ist, ne? Ja. Anstatt, dass ich einfach Iron eingebe. Fuck. Oh, Mann. Also auch, wenn wir mega produktiv im Stream waren und echt mega viel geschafft haben und wir sehr, sehr happy sind deswegen. Unfähig. Bin ich trotzdem. Aber nur manchmal. Macht dir nichts draus, Gate? Ist in Ordnung, ja. Wir wissen, was da sich trotzdem hat drin. Sonst musst du mal im Crafting mal wieder hier rüberlaufen. Ja. Jetzt ist die Frage noch, also die Frage, die ich jetzt einfach mal an die Zuschauer stelle vielleicht. Ja. Ähm, findet ihr jetzt diese Folge, die jetzt 18 Minuten lang schon geht, vom Detailgrad her in Ordnung? Oder sollen wir es detaillierter oder weniger detaillierter machen? Weil wir sind uns jetzt eigentlich schon... Hör auf, die Kuh rumzu... Nicht die Kuh in den... Bist du das wahnsinnig? Die Kuh in den... Ich würd's ja schon gerne gucken. Mann, wir brauchen die. Ich würd gerne gucken, was rauskommt, wenn ich die da reindrücke. Hör auf. Nein, ich bin doch ein Tierfreund. Wir brauchen die Kuh, weil unsere Energiegeschichte hier ein bisschen zu schwanken beginnt. Ja. Also sie ist noch stabil, aber irgendwie hätte ich trotzdem gerne, dass alle Speicher voll sind. Ja. Also aktuell ist keine einzige Maschine wirklich voll. Wir brauchen mehr Energie, als wir aktuell mit diesen Kühen herstellen können. Das ist der Sackglappe. Was hast du gemacht? Nix. Weißt du, wir brauchen vier Kühe. Und was machst du mit denen? Stellst sie einfach da hoch. Die guckt nur noch blöd, die Kuh. Die weiß nicht, wie ihr geschieht. Die traut sich da nicht runter, da ist sie sicher da oben. Ja, vor dir vor allem. Das weiß sie selber ganz. Oh, oh. Tu es nicht. Wurzel die bitte da runter. Okay. Wurzel bitte die Kuh da runter. Nein. Okay. Müssen wir noch eine Sache probieren. H war das, glaube ich. Cool. Ich kann echt waven. Also das Hotkey dafür. Hallo. Okay. Aber um die Frage noch zu Ende zu stellen. Fandet ihr den Detail gerade gut? Oder sollen wir noch detaillierter so? Das ist ein Autoblazer. Der Autoblazer hat ein sehr einfaches Rezept. Das zeige ich euch kurz. Das geht so. Oder sagt ihr, ja, nee, Modding ist jetzt auch nicht so schwer. Hört auf, zehn Jahre über eure Fortschritte zu erzählen. Die habe ich mich runtergeschubst. Die war sauer, weil ich sie rumgetragen habe. Und dann, ich bagge in der Luft, ich komme nicht mehr runter. Hä? Hilfe. Soll ich die wieder zu mir tp'n? Nee, bin wieder hier. Hallo. Okay, hi. Ja, und letztlich war es das mit der Folge. Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, ich auch. Das hat Spaß gemacht. Und im nächsten Stream werden wir dann das Netherrack automatisieren. Und uns dann wahrscheinlich um unsere Energieprobleme ein bisschen kümmern. oder einfach mal im Modpack weiterspielen. Ja. Weil wir jetzt natürlich durch unendliche... Ich habe noch so viel zum Freischalten. Ja. Eine Million Quests, das stimmt. Das stimmt. Wir haben halt auch geupdatet. Das heißt, viele Dinge, die ja vorher nicht funktioniert haben, funktionieren jetzt und haben bessere Quests und so weiter. Und ohne mich jetzt aus dem Fenster lehnen zu wollen, euch den ganzen Spaß wieder verderben zu wollen, bald kommen die Bienen. Oh, stimmt. Das müssen wir wirklich tun. Korrekt. Bienen sind schön. Kannst du Bienen? Ja. Mittlerweile. Sehr schön. Ja, ich habe es ja auch beigebracht. Aber ich kenne nur so den Basic-Shield. Also wenn Forestry sich irgendwie in der Zwischenzeit geändert hat, dann kann ich es nicht mehr. Also ich habe es aktuell auf der 1.12 gemacht. Ah, okay. Ich kenne es nur in der 1.7 logischerweise. Oh, oh. Das ist komplett anders. Du weißt bestimmt gar nichts mehr davon. Pass. Ganz neues System. Alles wird anders gezüchtet. Du musst die Gene extrahieren, damit du Bienen züchten kannst. Nicht dein Ernst. Nee, war es auch nicht. Kann man machen. Das ist einfacher, glaube ich. Aber... Wir haben keinen Kuchen mehr. Hm. Nimm Apfelsuppe. Okay. Oh Mann. Okay. Dann, äh... Ah, nee, ist eine Folge. Ich sage gar nichts. Oh, das ist korrekt. Okay. Ja, cool. Dann war es uns was von der heutigen Folge MadonSkyBlog2. Wir sehen uns das nächste Mal wieder im Stream. Wann ist der nächste Stream? Wissen wir das schon? Äh, nee. Aber wir werden es ankündigen. Ja, dann gibt es wieder eine geile Stream-Einkündigung. Okay. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal im Stream mit Network-Automatisierung. Und bis dahin. Tschüss. Ciao.